moin leute willkommen zurück zu a way out mit schnocher und fuga und und linda ich muss mit dem sohn spielen okay wir müssen wahrscheinlich durch den zaun durch welchen zaun wo er durchgeklettert ist ach der ist durch den zaun geklettert alter bist du behindert habe ich nicht gesehen da habe ich gerade irgendwas anders immer ach da geht das auch durch und baumhaus ich komme hier gar nicht durch ja cool ja geht das nicht die ganze zeit dadurch gehen als ich hier als du meine frau gekümmert habe naja da probiere ich noch mal oben im zweiten mal gleich wahnsinn hammer oder komm noch mal runter mal darf ich eigentlich nicht durch den weil du ein perverses schwein wirst ja jetzt baut er da auch noch ich sehe dich da hinten ist unheimlich jetzt bist du verschwunden bin ich ja gerade am zaun vorbeigegangen wird ist das nicht schön so geht nicht du hast sie geduldet habe Sind Sie alle bereit? Oh, wir sind bereit. Los geht's! Okay! Dad, pass es an mir! Halt! Watson, pass es an! Was war's jetzt? Oh, Leertaste. Alter, den hätt ich eigentlich haben müssen! Warte, du bist doch vorbei! Nein! Der hat doch schon die, äh... Hände gehoben. Äh, du besser nicht! Ah, ja, ich habe gewonnen! Du bist gut, Alex, wirklich gut. Du denkst? Ja, du solltest ein Profis werden. Wirklich? Ich werde gleich zurück. Ja, okay. Ihr natürlicher Talent. Du bist viel besser als wir zwei. Ich werde die Frau... Hey, schön. Hey. Schau mal an das. Ihr seht euch alle gut. Wir sind. Aber ich muss bald gehen. Ja, ich weiß. Ich bin einfach froh, dass du ihn wieder schreitst. Ja, ich auch. Komm schon, lass uns reden. Okay. Alex, hier geht's. Ja. Ja. Ich werde alles richtig machen. Ich werde nach Harvey. Alex, hier geht's. Ich werde nach Harvey. Alex, hier geht's. Okay. Okay, gut. Ich brauche dich bereit, um das Land zu verlassen, bis ich zurückkehre. Keine Worte. Ich werde dich umschuldigen. Ich werde dich umschuldigen. Ja. Ja. Nein, nicht nur ja. Ich werde mich umschuldigen. Ich werde dich umschuldigen. Okay, ich versuche. Ja. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Eine spezielle Knarre. Damit ich dich endlich mal umnieten kann. Ja. Here you go. I love you. I love you too. Und er steht gleich vorm Fenster. Ja genau. Siehst, er kommt schon. Ja, aber du bist wirklich gut. Wie gesagt, du bist ein echtes Pro. Was denkst du? Wie geht's, buddy? Schau. Ich muss jetzt gehen. Hast du? Ja, ich mache. Aber du gehst jetzt von deiner Mutter, okay? Können wir noch ein anderes Spiel spielen? Das nächste Mal, ich versuche. Ich versuche. Ja, komm, ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Okay. Okay. Ich versuche. Hey. 借st du mal jemanden verkloppen? Was ist das? Du musst mit jemandem sprechen. Was ist das Problem? Was denkst du das ist? Ein Koffeeshop? Das ist ein Konstruktionplatz. Du kannst hier nicht einfach waltzen. Ja. Du besser wünschst, dass du den Koffer verbaut hast, Mann. Man, diese Koffer sind... Diese Mannschaft sind echt sad. Gott. Schöne Arbeit. Ich wünschte, dass ich das gleiche sagen könnte. Du würdest, wenn ich das zu sprechen hätte. Leo. Es ist immer angenehm. Ich kann es nicht helfen. Ich bin so wie ich als Kind war. Ja, genau. Ich wüsste, dass du nur ein süßes Junge bist. Nein, das war es nicht. Was sagst du? Relatsch, schwerer Mann. Bist du sarkastisch? Ich? Nein. Ich bleibe dich ehrlich. Ich bleibe mich ehrlich über was? Du bist ein süßes Junge? Das ging schnell. Ja, ja. Das war halt ein Pfiff. So, passend. Da war noch ein bisschen was auf der Brille. Hä? Bitte doch. Achso. Ja. Ein bisschen groß die Baustelle, wa? Fällt ja auch gar nicht auf, wenn wir jetzt hier ohne... Kann man den hier anquatschen? Hey. Hey. What? I can't hear you. I'm looking for your boss. My what? My what? Your boss. You know where he is? What? 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 Das ist ja wie wenn wir uns unterhalten, wa? Ha 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 ha... He 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 he. Ha 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 ha. Pepe you macht an den Ding hol? Can't you see him busy here? Do you know where your foreman is? Yeah of course I do. So can you tell me? Ah, like I said I am busy here. Er ist ja einfach los... Was ist jetzt dein Job hier? Oh, ich lege den Heffens-Shitman. Bis mein Rückenschmerzen? Das ist einfach und so. Du sagst mir... Ich werde ehrlich sein mit dir. Ich schaue deine Formen, um ihn zu schrauben. Wirklich? Das klingt wie ein tolles Idee für mich. Genau? Du kennst es? Ja. Geh die Elevator. Es geht weiter. Was ist mit dir? Der schweizende Beine ist zu töten. Ich muss diesen Job verhindern, bevor ich ein Krippler bin. Du musst mit deinen Knie aufbauen, nicht deine Beine. Meine Knie? Ja, du wirst den Schatten aufbauen. Du wirst deine Beine rausbauen. Ich habe meine Beine rausbauen. Oh, ist ja nicht hübsch. Ich glaube, es ist zu lang. Ich bin dein Knie aufbauen. Ich bin dein Knie aufbauen. Ich bin dein Knie aufbauen. Aber diese Scheiße funktionieren nicht. Gott, das ist. Du musst, was ich machen, wenn Dinge nicht funktionieren. Ja? Was ist das? Entschuldigung. Okay. Hier geht's. Probierst du jetzt. Okay. Hier geht's. Hallo? Anybody? Over? We're still not working. I see you have a walkie-talkie. That's right. Could you reach your format with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you around here before, Who are you? He could be going off slow. It's okay. I'll find him on my own. Wait. Who are you? Me? Nobody. Have a good day now. You want to try? Alright. Why not? Good choice. Yeah, enough of this. Yeah, enough of this. Yeah, enough of this. Oh. 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 What? You have to wait on me. Oh, yeah. You have to wait on me. Hey. You want to try? Not enough of this shit. I can't. Alright. Why not? Good choice. Come on, come on, come on. So, was muss man drücken? I don't know. Nice. You're about to go down, my friend. Let's do this. Three. Two. One. What? Take him down. Take him down. Yes. Nice. Nice. What? I can't handle it. You can't handle it. Hey, you know who your boss is? I didn't have to swap you. I just cut your hands. No, man. You can't handle it. Oh. Aber er ging auch mega ab auf Emma, ja? Obwohl das nicht schnell eingedrückt war, als... Oh, hier liegt er unten. Ist das nicht der aus dem Platz? Das ist wahrscheinlich kurz noch irgendwie flohen. Hey, you. Was? Can't you see I'm sleeping here? Yeah, I can. I need to know where your foreman is. Are you planning on ratting me out? Don't worry about that. Just tell me where he is. Elevator. Over there. Just... Don't tell anyone. Hey. Hey, you. What? What do you want? I'm looking for your boss. Take the elevator across the yard. He should be somewhere up there. Just leave me alone. Sure. You don't want to miss you beautifully, right? Excuse me. I'm looking for your foreman. Sorry. I haven't seen him all day. No? Nope. Nope. So, when was the last time you saw him then? Listen, I'm not lying. I haven't seen him. Sorry. 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 What are you up to? Get over here. Yeah. Come, come, come. Come, come. Come, come. Come, come. Whatever. What is this? What the hell am I looking at? Dipshit. Can you explain this shit? Well, I, yeah. It looks like you could hold. Just spit it out. It's two here. I told you it should be four. Well, no, 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 no. I, I, no. No, 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 no. What are you? Some kind of stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. Well, I, no. Are you an idiot, sir? Yeah, I see you. I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But, sir. Oh, shit. He's trying to get away. Take your stairs. I'll go this way. Yeah. Shitty elevator. Go faster. Oh, da muss ich springen. Da fall ich runter. Yeah. Oh, shit. Hä? He, he, ich hab die bequeme. Schau das doch nicht mehr. Ich wär's mit nem Fahrtstuhl oder was? Nicht mehr. Oh, shit. Oh. Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. E-kröken, E-e-e-e-e-e-e-e. Ah, ich drück E. Ach so, das... Das... Ich wollt grad sagen, ich seh das nicht, dass die E2-2-7 in die noch. Dahin... Ach, da kann ich nicht lang also... He dropped me off! He's on your side! Sorry! I see you! You're mine, Ray! Sorry, aber da musste ich durch. Hä? Läuft der hier im Kreis oder was? Vor allem, wieso rennt der denn weg? Hä? Weil er uns kennt? Weil er uns kennt? Was soll ich jetzt machen? Du fährst jetzt hoch? Ich fahr hoch. Ja, oben drauf, ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ich war oben auf dem Dach. Wo ging er? Ich werde ihn töten. Hey, relax. Du musst das jetzt nicht benutzen, okay? Warum nicht? Wir fokussieren uns auf ihn zuerst. Alles klar. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Na, hier oben wird dann hier sein, blau. Ach! Ich wollte trotzdem gucken, ob hier noch irgendwas ist. Was? Was? Ja, da. An... Ihr... Ach, jetzt komm ich nicht. Lass mich mal vorbei. Da liegt hier ne Knappe. Nirgwo. Ey, das ist ein Arschloch, Alter. Ich dachte, ich kann den Feuerlöscher daneben oder so. Das ist ein Vogel, ey. Mann, 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 ey. Warum nicht? Im Klo. Ja, aber lass uns noch nicht das Klo öffnen. Ach ne, es gibt hier verschiedene Ecken. Okay, ich nehm das Klo. Ja, der wird doch hier nicht in dem Klo sein. Hey! Oh, oh, oh. Hi. Der blut hier. Bier, 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 Bier. Er ist nicht hier! Schau dich! Bier, 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 Bier. Oh, noch mehr Bier. Geil. Gut, das reicht mir eigentlich. Das ganze Bier versteckt hier. Noch mehr Bier. Überall ist Bier. Guck dir die an! Ja, ja. Die in Binnen. Junge, Junge, Junge. Kann ich hier hoch nehmen? Oh, da war er. Oh, da war er hier! Nein! Er hat es geschlossen! Hilf mir, die öffnen! Hä? Was denn? Ne, du musst hier mit rankommen. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich hab ne Idee. Let's use that grain over there! Ja, okay. Hat er gespeichert? Weiß ich nicht. Ja. Habe ich grad nicht drauf geachtet. Du Noob. Du bist ein Noob. Noob. Noob, 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 noob. So, ich fahr dich jetzt mal hoch, wach. Bring ihn hier! All the way down, Vincent! All the way! Hey. Weil du drauf gehst. Weil du drauf steigst. Ich hätte trotzdem eh zu drücken können. Let's go, let's go! Wie komme ich jetzt hoch? Nein! Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ging. Oh, wo soll er sein? Oh, da ist er. Hey! Es ist nichts für den Kran! Cut ihn weg! Ja! Ja! Ah, shit! Er will zu dem Kran! Ich laufe! Hä? Hä? Der will jetzt mit da runterfahren, oder? Hat der davor? Come on, Leon! Just keep moving! You're not afraid of heights, you're fucking dumb nuts! Schaff ich das? Oh, da sehe ich dich! Jetzt kann ich da bestimmt draufhüpfen. Oh! 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 Ich muss den Ende in der Fresse haben. Oh! Ich muss den Ende in der Fresse haben! Oh! Oh! Und was hab ich grad nicht gedrückt? Oder? keine ahnung ich hab auf meinen bildschirm ertet vor allem du du reißt ihn weg wasser noch nicht mal dran jetzt rennt er wieder weg ach du gott was denn das von rennen linke maus deine hände von mir nein mein freund mag das so you gonna tell me where harvey is fuck you ain't telling you shit fuck me huh okay oh look at this a gun i wonder what you could do with this if you could stick it up your ass you know what let's put it here for now hey vincent i don't know about you but i see a lot of different things here that could make this guy talk what do you say guys come on i've got a few ideas me too let's see if you'll talk or not aber erst in der nächsten folge nächste folge Ich bitte bedanke mich. Ich bitte bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.